Ups! Danke! Das tut mir leid. Das war wirklich echt. Das war nicht gewollt. Du kleines... Ich danke dir recht herzlich, dass du mich abgeknallt hast. Sven. Das macht ihr mit absoluter Absicht, ihr Säcke. Alter, habe ich einen Herzinfarkt. Ich bin hier so hochgradig konzentriert. Kommst du mit, zack. Echt. Ich werde mich irgendwann mal bei dir remodieren, mein Freund. Ja, fuck, da ist ja einer. Ach Gott, echt. Alter Schwede, echt. Bitte, bitte, lasst ihr mich geworfen haben. Bitte, bitte, lasst ihr mich noch geworfen haben. Ach, scheiße. Ja! Bitte knippen, Leute. Bitte knippen. Ich habe ihn mitgenommen, die Ratte. Ja! 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 Ja!